So, da sind wir wieder. Und ab gehen wir zur Bränder. So. Dann versteht ihr die Kriegsweisenreise wirklich. Die Kinder haben alles verloren. So geben, was man kann. Und dann noch ein bisschen mehr. Schenkt ihnen im neuen Jahr ein neues Leben. Es wird kein einfaches sein. Doch es macht die Bürde etwas leichter, was ihnen schon mehr als genügt. Okay, ich kann ihnen auch schwere Steine schenken. So. Ihr seid neugierig auf die Neujahrstraditionen, nicht wahr? Also eine Neuen machen wir jetzt nicht, oder? Mal gucken. Die Orks von Betnik feiern im Rahmen der Steinzahnsause. Gemeint ist da allerdings eine Feier und kein Wettrennen. Eine echte Feier. Gelegentliche Keilereien eingeschlossen. Matrone Borbuga ist eine alte Freundin. Sucht sie auf Betnik auf. Sie wird es euch zeigen. Alles klar. Steinzahnsause. Können wir hier Betnik direkt anwählen? Betnik. Betnik. Zack. Und hin. Hin. Jawohl. Das ist doch viel schneller. Neun fucking Quests. Jeden Tag. Wobei ich es nicht wirklich brauche. Aber egal. Es nützt ja was. Es ist ja etwas Schönes für die Leid. Das versteht jetzt wieder keiner. Doch. Die Live-Zuscheuerin versteht das. Aber die YouTube-Zuschauer wahrscheinlich nicht. So. Da sind wir schon ganz in der Nähe. Sprecht mit Matrone. Also Matrone ist ja auch toll. War ich hier überhaupt schon so richtig? Wo ist sie? Da. Oh Mann. Ja. Ich sollte vielleicht mal auf die Karte schauen. Ich muss da also rein. Wie komme ich da rein? Na guck, ja doch mal. Ich schnapp mir mein Eisreit hier. Wo die Leid? Äppelst du von Hand. Genau das. Ja ey. Dass du das verstehst. Das war klar. Das ist ein bisschen Lokalkolorit. Aus dem schönen Saarland. Sprecht mit der Matrone. Wo ist die Matrone? Hallo Matrone. Ja komm her. Die Bräder hat mich geschickt. Ehrlich. Tja. Freunde von Bräder sind Freunde des Klams. Also tut euren Teil. Und füllt unsere Speisekarren. Okay. Was brauchst du denn? Ich brauche etwas Blutiges und etwas Süßes. Bringt mir etwas frisches Fleisch und Honig warm. Ihr werdet nicht weit reisen müssen. Alles was ihr braucht, findet ihr auf der Insel. Alles klar. So. Gucken wir doch mal. Naja das ist ja dann. Hopf. Ach hier darf ich nicht gut. Dann raus hier. Äh nein. Nicht hier. Sondern. Ich kann mich an Bethnik gar nicht erinnern. Was sind hier Quests? Bestimmt. Ja das ist. So das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber wir sammeln Holz auch gut. Es ist die Frage wo könnte das sein. Ich verstehe. Das hier ist das beste Gebiet. Ah da oben ist was. Tote Biene. Ich verstehe. Ja Wolf. Ja Wolf oder? Ja Wolf oder? Was soll mit dir? Was soll mit dir? Ah. Schon mal gut. Gut. Okay. Wölfe sind okay. Wölfe sind okay. Wölfe kann ich. Okay. Wölfe. 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 So. Na. Ich hoffe die spawnen überhaupt schnell genug. Weil bei so vielen Leuten. Aber wir werden die Holigfarben im Moment wichtiger. Weil davon brauche ich ja auch welche. Hier ist die Hölle los. Weil. Ja. Das ist halt eben ein Event. Oh Gott macht das so komisch. Frage ist. Wie das überhaupt klappt. Ach. Ein leerer Geburtstag. Ahnenseidel. Da ist noch ein Wolf. Damit wäre das. Öps. Ah. Okay. Dann müssen wir für die. Honigfarbe eher in die Richtung. Die Frage ist. Wie. Möp. 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 Dann müssen wir wahrscheinlich Bienen töten. Oder? Eine Wespe. Oh. Eine Wespe. Eine Wespe. Eine Wespe. Ich. Ich möchte nicht drüber reden. Ich. Nein. Nein. Wespen. Ich. 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 Da habe ich ein bisschen erst vergessen. Aber das macht nichts. Aber das macht nichts. Nö. Nein. Nein. Das ist wieder das Falsche. Warte auf. Das ist das Richtige. Ja. Ja. Habe ich das jetzt schon wieder geschafft? Muss ich jetzt schon wieder zu Breda zurück? Gut. Ihr seid zurück. Ich habe fast kein Fleisch mehr. Was habt ihr mitgebracht? Ja, alles. Hirtweib Scholk meint ihr. Ihr würdet nicht zurückkehren. Aber ihr habt das Herz eines Jägers. Ja, ja. Breda hätte euch sonst gar nicht geschickt. Tja. Steht nicht einfach nur herum. Trinkt und esst euch satt. Vielleicht röbst ihr Scholk nochmal richtig schön ins Gesicht. Weil sie euch so unterschätzt hat. Oh ja. Mhm. Mhm. So. Eins. Zwei. Ah, Osit. Und? Was gibt es hier? Gitterer Ziegenkäse. Mhh. Lecker. Zeigt eure Anerkennung. Wie soll das gehen? Ah. Alles klar. Alles klar. Super. Okay. Also röpsen gehört dazu. So. Ja. Ich sollte hier mal ins Gesicht röpsen. Das ist scheinbar das, was man hier soll. Und wir können zurück nach Preda Wiedenbrück. Präder. Präder. Nicht Bränder. Präder. Präder. Präder Wiedenbrück. Das ist diese Baden. Genau. Und das ist ein ganz dummes Gespräch von mir. Aber irgendwie muss ich die Zeit ja mal füllen. Ähm, ja. Und nochmal Ostmarsch. Langsam finde ich's. Ostmarsch. Ah, hier ist nicht viel. Und da haben wir... Ah, doch. Da wäre noch eine Quest. Zwei. Ah, gut. So. Ostmarsch. Und zwar dahin. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja. Zack. Wir feiern ein Neujahr. Haben auch bis Januar Zeit. Das heißt also... Das gibt jetzt nur Sondersachen und... Ja. Ja. Und diese Ereignisse scheint, die ich nicht mehr brauche, weil... Naja. Dafür kriegt man den Intrig. Und den Intrig, das ist das Reithil, das ich gerade benutze. Ihr merkt. So. Preda. Gutes Essen, gute Getränke und viel Spaß sind das Herz des Neujahrsfests auf Betnik. Ich bin froh, dass Matrone Borboga es euch selbst zeigen konnte. Ich vermisse unsere Abenteuer aus jüngeren Tagen. Ja. Ich könnte euch da Geschichten erzählen. Aber ich will euch ja kein Ohr abkauen. Okay. Okay. Beim Neujahr geht es darum, was das alte Jahr war und was das neue Jahr sein kann. Ja und wie noch? Das vierte noch, hm? Das machen wir auf jeden Fall. Die Kajit in Knurka ehren ihren Gott der List, Rajin, mit der Prüfung der Fünf-Krallen-List. Klingt nicht gut. Reist nach Schnittermark und spricht mit Tomira. Sie wird euch helfen, das Neujahr mit ein paar gelungenen Taschenspielertricks zu feiern. Alles klar. Dann hin. So. Jetzt aber ganz schnell, bevor ich da, ne? Wir machen noch ein paar Kisten auf das da. Was haben wir? Fluchtrunk. Ja. Und noch mehr falsches Schwert. Jawoll. Was ist das? Oh, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Mhm. Ein Fluchtrunk. Der ist richtig gut. So. Aber wir haben noch eine Kiste da. Zack. Hackelei, Fluchtrunk und Jongliermesser. Ja, die hatte ich schon mal. Haha. So. Lauter Zeugs. Gut. Okay. Und nach Schnittermark. Schnittermark? Schnittermark, gell? Da waren wir doch schon. Schnittermark. Da waren wir doch schon. So. Zack. So. Ich bin mal gespannt, wann meine Frau kommt. Naja. So. Schnittermark. Da. Sprecht mit Tumira. Die müsste doch ganz in der Nähe sein. Äh. Da. Genau. Einen Trick. Okay. Das Geräusch ist toll. Wuh. 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 Hallo. Diese heißt euch bei der Prüfung der Fünf-Krallen-List willkommen. Mauzi. Feiert das Neujahr und sollt zugleich Rajin Respekt. Wie? Rajin hat einmal gesagt, Schlösser sind nur wie Steinchen im Stiefel, die darauf warten, herausgeschüttelt zu werden. Benutzt eure Dietriche, um den Inhalt der Kisten in der Nähe in Augenschein zu nehmen. Beweist, dass euch Hindernisse ebenso wenig scheren wie den großen Rajin. Und beeilt euch. Okay. Ja. Ist da. Na komm. Nr. Nr. Oh. Achso. Oh, 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 oh. Na komm, lass mich da hin. Hm. Hm. Ja. Rajin würde eure Schnelligkeit loben. Doch vielleicht räumt er auch lieber die Taschen von jedem aus, der von eurem Geschick abgelenkt ist. Wahrlich. Die Besten, die bekommen und gehen mit dem Wind. Die Besten, die bekommen oft ganz, äh, Dingsbums unerhofft, ja. Was soll ich mit den Münzen machen? Welche Münzen? Ihr seid nicht der Einzige, der Rajin ehrt. Als ihr sie zu mir bringen wolltet, hat jemand anders euch die Münzen aus der Tasche gestohlen und sie in die Kisten zurückgelegt. So feiert Knurka das Neujahr und findet wahren Wert in unseren Taten. Super. Okay, also zurück zu Preda. So, das ist eine schöne Idee. Die Neujahrsbräuche dieser fiktiven Welt. Mal wunderschön. Jetzt schon, mitten im Dezember. Hallo Katze. Ja, 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 es ist so viel los. So, zack. Und nochmal nach Ostmarsch. Jetzt finden wir es auf Anhieb. Zack. So. Und noch ein Kistchen. Oder aus der Geldbörse des Siegers. Nein, verratet es nicht. Ich frage sie selbst, wenn sie das nächste Mal zu Besuch kommt. Die hat gefeiert, alter Schwede. Toller Handschuh. Naja, sag. Ich bin nur für die Dauer der Feierlichkeiten eine Neujahrs-Heroldin. Ansonsten leite ich eine Sägemühle. Mhm. Das ist doch ein Insider, oder? Ja, kam die in Skyrim vor? Was noch? Ja. Die Nord von Niederö-Orgrim feiern, indem sie an ferne Orte reisen, sich bis auf den Ländenschutz ausziehen und ins eiskalte Wasser springen. Ihr solltet den Schneebären-Sprung auch mal versuchen. Er wirkt ganz schön belebend. Dank des Titels weiß ich auch, wie die Nord aussehen. Ich markiere euch die Route auf der Karte. Reist an jeden dieser Orte. Streift eure Kleidung ab und macht einen Sprung mit Anlauf. Wärmt euch an den Lagerfeuern, bevor ihr geht. Und trinkt etwas mit jedem, der den Sprung sonst noch unternimmt. Und schon wieder die Mütze. Klasse. Ja, ja. Okay. So, äh, wo ist das? Äh, Moment. Reist zum Jungen-Fern-Spur-Sturz. Ah, das ist jedenfalls ein Marsch-Spurt. Dann würde ich sagen. Gleich mal zum Jungen-Fern-Spurz. Salzreis. Achso. Ein Reich. Was denkst du? Ne, alles. Jawohl. So. Täglichen Kisten. So. Schau mal, wo ist das denn? Weiß, weiß, weiß. Weiß. Wo ist da? Okay, sprecht mit Savile. Sprech mit Saboulon. Gut. Ostmarsch. Oh, jetzt kommt gleich noch die zweite Katze zu Besuch. Super. Ach, hier sind wir ja. Na, hier sind wir ja. Mau. Nein. Nein. Wie komme ich raus? Ich will raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich komme nicht raus, oder? Da brauche ich nicht rein. Da war ich schon. Da komme ich nicht durch. Doch, doch, doch. Ach, ja. Ja, bei, 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 bei. Ah. Hallo. Zwei Katzen. Ach, in meiner Brust. Ne, Quatsch. Das ist falsch. Ja, toll. Jetzt kämpfen zwei Katzen hier rum. Wo ist die, wo ist die, wo ist die, wo ist die, wo ist die? Oh, super. Na, komm, erst mal da hinten hin wieder. Ja, schön, Katzen. Toll. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Habe ich drei Monitore und auf zwei davon, bei zwei davon steht eine Katze davor. Cinderella, alles klar. Ja, so. Oh, Katzen. Ah. Springt vom Winfernsturz ins Wasser. Reist zum Orca-Sturz. Oh nein. Ah, wir müssen überall hin. Oh, ich friere ein wenig. Wärmt euch am Lagerfeuer. So, Katze, komm, geh mal weg. Katze, geh mal weg, bitte. Mhm. Danke. Wow. Hallo Jungs und Mädels. So, reist zum Orca-Sturz. Was ist der? Dort. Mhm, hier. Ich bin da. Oh, ich kenne mich doch hier so schlecht aus, ne? So, ich muss erst mal wieder rein. Dann, ähm, ja. Na, da lang bitte nicht. So. Mhm, wahrscheinlich da hoch. Badalala, badalala. Mhm, lass mich raten. Da raus. Und, da sind wir schon, oder? Jawohl. Und, ja. Erstmal noch mal ins Lagerfeuer. Bevor ich zu kalt kriege. Ja, aber, und, zack. Ich brauche noch was zu trinken, wie ein Knienpfeil. Ich dachte gerade, die hätte diese seltsamen Strümpfe an, aber nein. Die feiern nur. Ja, mache ich doch. Okay, jetzt. Ähm, wo ist der? Mhm. Wo bin ich? Da. Wo ist der? Da. So, da lang. Dann da runter. Ja. Und. Na, das muss doch hier irgendwo sein. Da rein. Super. Gut gemacht. Kommt ihr her zu unserem Feuer. Mache ich. Färmt eure verborenen Knochen auf. So. Dann schnell mal aufwärmen. Ah, meine Frau kommt nach Hause. Genau, rechtzeitig. In fünf Minuten machen wir dann mal Schluss. So. Ja, Feuer. Ist so. Na komm. Das braucht ein bisschen, oder? Ah, ich hab's geschafft. So. Und da ist auch gleich ein Weg schreien. Da oben. Da oben. Super. So. Okay. Dann ist das die letzte Quest. Und. Na, wer ist, glaub ich, fünf, oder? Das sehe ich. Ein Glanz umgibt euch. Ja. In Niederö Orgrim feiert man so, um zu zeigen, dass man nicht fürchtet, was die Kälte bringt. Am Ende der Reise des Winters wartet ein warmes Feuer, guter Mäht und wunderbare Gesellschaft. Außerdem kann man so toll seine Hautbilder vergleichen. Tattoos, sag ich das. Tattoos. Oh, wie es sich freut. Das Neujahr zeichnet sich vor allem durch seine örtlichen Traditionen aus. Manchmal ändern sie sich sogar von Jahr zu Jahr. Noch was, ja? Die Rotwardonen in Bergama haben den Signalfeuersprint. Wow. Er ehrt eine Ahnen, die ihre Stadt vor dem sicheren Untergang gerettet hat. Ein wahres Geschenk des neuen Jahres und des neuen Lebens. Geht dorthin, in die Aligre-Wüste und spricht mit Aubarta. Sie kann alles erklären. Na gut, alles weitere gibt es beim nächsten Mal. Ich reise noch schnell hin. Also ein paar Minuten haben wir noch. Und, ja, Aligre-Wüste, ne? Weißt du, erstmal eiskalt und dann ab in die Wüste. Und damit ist nicht irgendwie eine Steinwüste oder sowas, sondern es ist eine richtige, ganz heiße Sandwüste gemeint. Jawohl. Aligre-Wüste halt, genau. Da hin. Zack und go. Oh, ich guck mal, vielleicht schaffen wir das noch. Wenn es nichts schweres ist, dann machen wir das schnell. So. Okay, da. Stecken wir ein bisschen durch, oder? Oder? Wir kommen von außen um. Das wäre toll. Eigentlich hier, also von der Wattnerrasse her. Das scheint zu gehen. Das scheint von außen zu gehen. Ja, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Da will ich mal so Leute stehen. So, hallo. Ihr seid uns fremd, aber nicht unwillkommen. Wieso fremd? Ich bin auch einer. Was bringt euch nach Bergama? Ich bin wegen des Signalfeuersprints hier. Ihr ehrt uns mit eurer Reise. Entzündet die Signalfeuer von Bergama, bevor die Zeit abläuft. Okay, das machen wir schnell. Wer ist das? Vor langer Zeit breitete sich eine große Krankheit in Bergama aus. Jene, die überlebten, waren schwer krank. Darunter waren auch Bergamas eingeschworene Klingen. Ihre Beschützer. Antwort. Emish Giftzunge, ein Kriegsfürst aus den Sanden, erfuhr von der Schwäche von Bergama. Eines Nachts näherte sich seine Bande von Halsabschneidern der Stadt, in der Hoffnung darauf, sich unseren Reichtum anzueignen und unsere Leute abzuschlachten. Doch eine eingeschworene Klinge hielt Wache. Na, die hat Niggi, oder? In der Tat. Obwohl sie krank war, blieb sie auf ihrem Posten. Doch gegen so viele Gegner konnte sie unmöglich gewinnen. Sie wusste dennoch, wie Bergama zu retten war. Wenn es ihr nur gelang, die Signalfeuer rasch genug zu entzünden, würde Emish denken, dass die Seuche besiegt und unsere Verteidiger wieder bereit wären. Okay, weiter. Zoré sprintete von Feuer zu Feuer. Trotz ihrer Krankheit entzündete sie jedes einzelne von ihnen. Danach scharrte sie die eingeschworenen Klingen von Bergama um sich. Als wir in die Schlacht zogen, packte Emishs Banditen die Angst und sie flüchteten. Sogar krank erschlugen unsere Verteidiger sie alle noch wie ein Rudel Wüstenhunde. Was ist mit Zoré geschehen? Leider wurde Zoré noch in der gleichen Nacht von der Krankheit geholt. Doch erst als Emish vertrieben war, so konnte Zoré in dem Wissen sterben, dass Bergama sicher war. Sehr tapfer. Und so ehren wir nun jedes Jahr ihr Opfer. Nur wenige könnten sich ein besseres Vermächtnis wünschen. Und wie mache ich das am besten? Zoré wurde nicht nur allein ihrer Ausdauer wegen die Hartnäckige genannt. Ihr scharfer Verstand erlaubte es ihr Bergama vor seinen Feinden zu beschützen. Wie unsere Heldin es tat, müsst ihr in Erfahrung bringen, wo die Signalfeuer sind und eure Route entsprechend planen. Was, wenn ich nicht schnell genug bin? Unsere Feier steht allen offen. Jung und alt, verletzt und gesund. Dementsprechend darf man die Signalfeuer auch gemeinsam als Mannschaft entziehen. Oh nein. Zorés Liebe für ihre Gemeinde reichte tief und war äußerst beständig. Wenn man beim Entzünden der Feuer zusammenarbeitet, so ehrt dies ihr Andenken. Ach komm, bitte nicht. Na, das geht doch. Komm. Und die Zeit brennt beim Ersten. Das heißt, wir fangen beim Ersten an. Das ist... Orientierung ist echt so. Das ist genau mein Ding. Nein, das ist nicht das Erste. Erstmal schauen. Was ist da oben? Nein. Okay. Es sieht nicht so aus, als würde ich hier so nämlich vorankommen. Mal. Alles klar, das ist das Letzte. Eins. Fangt an, der Kriegsfürst naht. Der Kriegsfürst naht. Katze, jetzt bitte nicht. Katze, jetzt bitte nicht. Zu mir. Der Kriegsfürst macht sich zum Schlaf bereit. Ich bin ja echt jetzt. Das war doch eigentlich geschafft. Komm. Na, egal. Das will ich nicht. Naja, ich hab gesagt, einen Versuch. Mal hin. Es ist keine Schande, beim Entzünden der Feuer zu scheitern. Es zeigt nur, wie schnell Soré sein musste. Darf ich doch mal? Natürlich. Im Gegensatz zu Soré... So, dann fangen wir diesmal aber hinten an. Das ist nicht... Gut. Gut. Fangt an, der Kriegsfürst naht. Er ist eine Schale. Das ist kl suspens. Gut, 57 Uhr. Wir müssen in der Kriegs campus schluisern. Okay, gucke! Vielen Dank! Ne, das war ja einfach. So, geschafft. So. Okay, ich verstehe was. So. So, KSVP jetzt zurück, das machen wir jetzt nicht. Dann sind wir für heute mal fertig. Ich beende mal erstmal diese Aufnahme. Wir machen die anderen vier Quests, sind es glaube ich noch. Dann beim nächsten Mal, genau. Und euch noch einen schönen Abend.